Was ist das Interessanteste und Spannendste, was es gibt und das, was mir am meisten Spaß macht? Was ist das Interessanteste und Spannendste? Das war wohl die Uraufführung meiner Oper Wojtzeck 2.0 in Wien. Eine wunderschöne Mischung aus sehr viel Musik und sehr viel Drama. Ja, Spaghetti mit Parmesan und Butter für meine Töchter. Hm, sehr wetterabhängig. Ganz klar, beides. Viel Spaß beim Konzert. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.